So, ich hab das letzte Wort heute gefunden. Ich bin schon hier vorbeigelaufen. So, jetzt gehen wir zurück zum Panzer. Ja, du Fäschel. Kross. Bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Hm. Gute Arbeit, Jungs. Ja. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist ja, das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch. Was ist nur los mit dir? Du dämliche. Du dämliche scheiß-kart-drecks-maschine. Ach, komm schon. Komm, Bess, na los. Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir. Verdammte Scheiße. Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess. Ach, Schaar! Geh, Schaar! He, 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 he. Hey, Edwards. Sie steht drauf, wie du fluchst, Junge. Alles klar, Edwards. Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahrt in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Lass mir nicht aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Naja, die ganze Geschichte ist doch nicht aufgeholt. Da muss die keiner mehr sein. Wow. Okay, team. Den das, du mieter Jerry. Äh, niemals. Wow. Wir haben in ein Wettennest gestochen, Jungs. Bleibt zu. Nein. Bleibt an dem Kleinen da dran. Sehr gut, sehr gut. Weiter so. Direkt ins Ziel. Wir haben den Kleinen Bastard. Ja, man. Hier liegt noch was am Arsch. Gut geschaffen, McManus. So, er ist mir repariert. Eieieiei. Eieiei. 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 Eieieiei. Sie sind glatt zu schwarzer Käse. Eieieiei. 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 Eieieie. Eieiei. Eieieie. Fertig. Fertig. Gut. Ich bin voll bereit. Das war's. Bring mich endlich in Schussposition! Das ist ein Sammelpunkt. Die wollen komplett zurückerobern. Also fahren wir direkt durch! Und dann? Überlassen wir ihnen die Überraschung am Treffpunkt? Wie lautet denn der Plan? Wir haben die Initiative. Denn wie sie hier hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut. Ziehen wir's durch. Bleibt in Bewegung. Verwirrt sie und hofft darauf, dass sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Gut gemacht! Fahren wir weiter! Alles da, Schiffe. Das machen wir mal. Erstmal hier müssen wir nicht das machen. Da kommt ein Duster. Dann mal los, Jungs! Gut gemacht! Gut gemacht! Dann machen wir mal los. das war ein schöner treffer oh was ist da denn es ist ein bisschen unfair Was hab ich denn gerade lustiert? Ich bin in Reichweite, los geht's! 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 Ich bin in Reichweite! 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 Das ist für Pritchett! Ey! Was? Ey! Was ist jetzt? Was? Wo soll ich die denn füllen? Ich hab mir doch keine Ahnung, wo die auftauchen. Oh Gott! Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Was müssen wir jetzt machen mehr? Was soll ich denn hier hinstellen? Ich will, dass ihr alle deutschen Panzer zerstört! Wer habt ihr nicht drauf? Genau so, McManus! Zack! Wow! Ja! Das war's! Gute Arbeit! Aber wir müssen vorsichtig bleiben! Okay. Ja! Mein Mann ist auf die Medien! Ich sehe hier drüber! Hm. Ach da ja. Alles ok, fahrt weiter! Der hat gesessen. Sie dürfen nicht in Reichweite kommen. Halt uns in Bewegung, Edwards! Oh, 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 oh. Ja! Ja, Panzer erledigt! Was ist denn? Hallo? Bitte. Und gleich nochmal, schnell! Kommt schon, Jungs, Feuer! Verdammt, guter Treffer! Schöön! Wow, 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 wow. Versuch, das Tempo zu halten! Woah! Die muss verkehren. Das ist nett! Bats will einen Kram fort, wer sollte es hier aufhalten? Nein, 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 nein. Er ist für Finch! Und nochmal, erledige ihn! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Gegendangriff war lange nicht so hart wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschapfen wir uns hier und kämpfen! Dann sollt best mal machen, was ihr am besten kann! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Feldgeschütz! 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 Okay wasser 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 Ja. 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 Oh. 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 F.T. noch fahrtüchtig. Perfekte Distanz. Fuck, du Scheiße. Oh. Jordan. Oh. Oh. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Das ist ein Schwerk von dir. Hey, 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 hey. Oh! A7V Panzer! Jetzt schreit's mit Mannisch! Wow, wow, wow! Ja, ja, ja. Fertig, fertig, fertig. Er ist wenigstens. Wir sehen uns in der Leffe. Verpassen Sie noch einen! Machen Sie sie fertig! Schön! Stich mit mir! Da! Sag mal, jetzt kannst ich ziehen, oder? Aha. So. Gerade noch nicht, wer will noch. Oh! Oh! Das ist so hell! Ja, ja, ja. So, wo ist Elisa? Oh, hier kommen wir nach oben. Oh! Oh! Leichter Panzer! Siehst du ihn? Leicht den Geschütz aus! Ja! Ja! Hähn! Vorsicht! Denrais, aber ohne! Schön. Wir haben es geschafft, Jungs! Nächster Halt, komm! Edward! Bewegung! Bitte dir nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst. Mir geht's gut, aber so viel Spaß macht mich müde. Los jetzt! Erstmal wieder reparieren. Ah, das war extra reich. So, ich mach mal die Lechchen mal nicht nur reparieren, dann machen wir es mal kurz.